Du weißt, wenn es weiterläuft? Wenn es weiterläuft? Wenn es weiterläuft, ist es ein gutes Zeichen. Wenn es unter einer Flagge kommt. Und wenn es ganz, ganz gut ist, dann wird es sofort, ja, das war's. Sollen wir mal mit dem Goldspieler SendKlein anfangen? Erstmal das Kleine, nein das Große, oder was? Auf die Plätze! Goldspieler SendKlein! Ich werde schon beim Kleine was dabei. Es läuft weiter. Es läuft echt? Ah, nein das gibt es noch. Jetzt kommt das Prime Goldspieler Pack. Prime! Ah, jetzt noch was. Lass laufen! Lass laufen! Lass laufen! Richtig laufen laufen! Richtig laufen laufen! Richtig! Auch England! Landauer Umweltschützer fordern Bäume statt Böller. 380. Arschmer! Jetzt muss er sonst noch... Bist ein Golfspieler, guck. Golf, guck. 87er! Temporissunch rescue von guys! Das seltene Gemischte. Wie ein Mischte ist da drin jetzt. Auch 75er, gute 75er. Oh mein Gott! Oh! Toll! Da kommt dann immer Gute, gell? Bis jetzt hat er immer so Gute gehabt. Da werde ich mal was rausbringen, ey. Lauf Zweiter. Lauf Zweiter. D.V.A. Da habe ich von Paco Alpassack. Habe ich schon. Dann haben wir uns verdient, oder? Dann haben wir uns verdient. Ich bin echt lachen, du. Dann haben wir uns verdient. Hä? Wer kommt? Geh die Tür auf. Geh die Tür... Oh, Englisch. Norwegen. Thoman. Hertha. 83er Spieler. 83er Spieler. Viele und doch nichts. Nein, du. Nein, du. Dann wirst du wieder frei. Jetzt was? Freunde, auch Freundschaft. Danach haben wir noch vier Begriff. Spiele, Spiele, Spiele. Spiele, Spiele. Spiele, Spiele, Spiele. Nein. Lauf Zweiter. Lauf Zweiter. Lauf Zweiter. Lauf Zweiter. Gar nichts. Ja. Boah, 2.80. Ja, das soll ja keinen Spaß machen. Nein, das ist egal. Jetzt habe ich 20.000 bezahlt. 20.000 hat mein Bruder bezahlt. Ja, das ist ein bisschen ruhig. Geht's weiter? Das geht echt weiter. Ach, 2.80er. Ja, 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 ja. Der Rossi, den hast du schon mal gehabt, oder? Ja. Super, gell? Mein Bruder muss sich kümmern. Äh, kümmern. Äh, ne, was? Kümmern muss er sich. Ja, jetzt guck mal, wie weit das geht jetzt. Wie weit geht das jetzt? Das ist goldig. Das geht vielleicht ganz am Anfang schon. Chak, chak, chak. Ne, das geht weiter. 1.80er. Zappi. Zappi. Also, das ist elfte. Drei Spieler sind da drin. Da, 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 da. Jetzt kommt der Messi. Ich sehe da lachen. Messi. Vielleicht Messi oder Ronaldo, Thomas, oder? Oh, das geht ganz schnell. Geht's ganz schnell jetzt. 1.70er. Erstes Kleine. Erstes Kleine. Erstes Kleine. Jetzt Streitgefahr, Freunde. Das wird uns wahrscheinlich schnell gehen. Geht weiter, geht weiter. Ach, 6.7. Das ist schon heavy, oder? Ja. Das ist schon heavy, oder? 2. 3.